Warum kommst du aufs Bargeld? Die vielleicht für andere Teilnehmer sehr interessant, sehr spannend sind aus dem Bereich Entwicklung, Forschung und Software. Was ich mir erhoffe und was ich mitnehmen möchte, ist der Kontakt zu anderen Teilnehmern aus der Region, aus dem überregionalen Gebiet. Und auch ein Gefühl dafür, was bewegt uns im realen Leben mit der IT, was steckt dahinter. Im April ist es, gell? Vielen Dank.